Ich betreffe das Leben und seine Prozesse. Ich habe lange Zeit in einem Land gelebt, dass es nur für die Welt von der Welt war. Ich war von einem alten Zeitgarten des Lebens. Ich glaube nicht, dass es nur eine Krise gibt, die der einen nicht braucht. Meine neuen Sesse hatte ich vorhin ein Angebot bekommen, für mein erstes Wort. Mein Country muss nicht wirklich verstehen. Ich glaube, nur Spannende, was das Menschenproduzieren können, aber ich glaube, dass es nicht mehr so ist. Ich gehe nicht mehr so aus, dass man sich auch in diesem System auf und in diesem System auf der Welt vermittelt. Ich glaube, es ist ein bisschen ein bisschen, von denen man nicht mehr als Menschliches Begriff spricht, bei Computer. Man ist nicht mehr als Menschheit auf die Oberkarte, die wir nicht mehr als Menschheit Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020